Wir kennen in Österreich das Altlastensanierungsgesetz, das ALSAK. Das ALSAK unterwirft bestimmte Vorgänge oder ein bestimmtes Umgehen mit Abfällen einer Abgabenpflicht. Wenn ein bestimmter Tatbestand erfüllt ist, dann soll eine ALSAK-Abgabe geleistet werden. Was der Verwaltungsgerichtshof in dieses Gesetz oder in einem einzigen Tatbestand dieses Gesetzes vor ca. 6 Jahren hineininterpretiert hat und wie er sich jetzt 2019 da wieder 180-Grad-Kehrtwendung machend herausinterpretiert hat, darüber wollen wir in dieser Folge von 3 Minuten Umweltrecht berichten. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner, ihre Spezialisten für Umweltrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht mit Sitz in Wien und in Salzburg. Im Altlastensanierungsgesetz, dem ALSAK, finden sich einige Tatbestände. Wenn diese Tatbestände erfüllt sind, dann soll eine Abgabe fällig werden. Unter anderem gibt es dort eine Art Zwischenlagerungstatbestand. Wenn Abfälle für eine gewisse Zeitdauer zwischengelagert werden bzw. diese Zeitdauer überschritten wird, dann soll ebenfalls für diese Zwischenlagerung eine Abgabenpflicht bestehen. Und zwar für die Zwischenlagerung zur nachfolgenden Beseitigung ab dem zweiten Jahr, für die Zwischenlagerung zur nachfolgenden Verwertung ab dem vierten Jahr. Im Jänner 2013 hat der Verwaltungsgerichtshof ein etwas überraschendes Erkenntnis zu genau dieser Bestimmung getätigt. Und zwar hat er gesagt, es kann nicht unterstellt werden, es kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, dass er nicht konsensgemäße Zwischenlagerungen privilegieren wollte. Im Interpretationsweg hat uns der Verwaltungsgerichtshof dann weiter erklärt, dass, wenn nicht alle erforderlichen Bewilligungen vorliegen, Anzeigen getätigt wurden oder Nichtuntersagungen vorliegen, auch eine kürzere Zwischenlagerungsdauer grundsätzlich den Abgabentatbestand auslösen soll. Also ein bisschen Tatbestand und Ausnahme miteinander verwechselt. Das hat in der einschlägigen Community zu relativ heftiger Kritik geführt, weil es am Ende des Tages bedeutet hat, in dem Moment, wo ich nicht alle Bewilligungen habe, wo ich nicht alle Anzeigen getätigt habe, bin ich quasi ab dem ersten Tag mit meiner Zwischenlagerung von Abfällen abgabenpflichtig, was insbesondere das Abwickeln von Baustellen massiv finanziell belastet hat in weiterer Folge. Jetzt, sechs Jahre später, rudert der Verwaltungsgerichtshof quasi zurück, und zwar mit einer Entscheidung eines verstärkten Senates. Er dreht sich gleichsam um 180 Grad in der Argumentation und folgt jetzt wieder stringenter dem Wortlaut des Gesetzes. Abgabentatbestand ist das eine, Ausnahme ist das andere. Das Allsag kennt schlichtweg keinen Tatbestand, der im ersten Jahr, beziehungsweise in den ersten drei Jahren einer reinen Zwischenlagerung für eine nachfolgende Beseitigung oder Verwertung greifen würde. Im Kern bedeutet das, Zwischenlagerungen sind zur nachfolgenden Beseitigung erst ab dem zweiten Jahr und zur nachfolgenden Verwertung erst ab dem vierten Jahr allsagpflichtig. Eigentlich so, wie es immer schon im Gesetz stehen würde.